Ja, wir beschäftigen uns mit was sensationell Gutem. Wir haben den Porsche 956 von Tamiya auf dem Gruppe C Chassis hier bei uns stehen und ich möchte den gerne zusammen mit euch aufbauen. Ein großartiges Unboxing, sparen wir uns an der Stelle. Wir bauen das Auto auf und wir fahren das Ding auch. Ja, so. Trotzdem ein kurzes drauf eingehen auf die Optik von dem Ding. Ich finde, das sieht einfach herrlich alt aus. Das ist super gut. Wenn man sich einen aktuellen Tamiya Baukasten anguckt, dann sieht man einfach, da das vom gesamten Design, von der Aufmachung, alles sehr modern ist. Und das hier ist ein 80er Jahre Auto und auch der Karton wirkt für mich irgendwie alt. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Den lassen wir auch da hinten im Hintergrund stehen. Hier liegt ein wichtiger Zettel drin. 6, 11, 13. Was ist 6, 11, 13? Das ist nicht die Länge von einem Auto in Metern, das ist nicht das Tankvolumen in Gallonen. Das ist die Zeit, die Stefan Belloff am 28. Mai 1983 mit dem Auto auf der Nordschleife gefahren ist. Muss man sich vorstellen, diese Rundenzeit hat 35 Jahre als Rekordzeit Bestand gehalten. 35 Jahre. Das ist natürlich alles auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass die Gruppe C danach keine Nordschleife mehr gefahren ist und dass die Nordschleife einfach auf bestimmte Fahrzeuge beschränkt war. Aber nichtsdestotrotz 6, 11, 13 für 35 Jahre. Ja, in meinem Baukasten liegt auch schon ein fertiges Auto drin. Schön, oder? Also wir sind fertig mit Bauen, wir können fahren. Nein, das hier ist, die Experten von euch werden es sehen, zum einen die Racing-Lackierung. Das ist ein 9,62. Was wir da stehen haben, ist ein 9,56. Wo liegen die Unterschiede? Habt ihr wirklich Bock auf ein bisschen Porsche-Kunde? Also, der 9,56 hier ist 1982 erstmals in Erscheinung getreten. Der 9,62, 1986. Das Ganze ist Chassis-seitig einer Reglementänderung der IMSA geschuldet. Und zwar ging es darum, dass damals bestimmte Sicherheitsauflagen einfach nicht erfüllt worden sind. Ein Punkt davon war zum Beispiel, der 9,56 hatte ein Cap-Forward-Design. Das heißt, alles war so weit wie möglich nach vorne angebracht. Und damit waren auch die Pedale vor der Vorderachse. Im Falle eines Crashs war das nicht so lustig. Und die IMSA hat dann irgendwann Regelungen eingeführt, dass die Pedale hinter der Vorderachse sitzen müssen. Deswegen ist beim 9,62 alles weiter nach hinten gerutscht. Das Auto ist an sich etwas länger geworden. Das hier ist sogar noch die LH, die Langheck-Variante. Es gibt auf der Basis des Autos ja letztlich auch ein Kurzheck und ein Langheck. Die beiden Autos sind sehr, sehr schwer voneinander zu unterscheiden. Man kann, wenn sie nebeneinander stehen, kann man es gut sehen. Wenn man sie wirklich für sich einzeln sieht, ist das sehr, sehr schwer zu unterscheiden. Diese Geschichte Pedale vor oder hinter der Vorderachse ist eine Geschichte. Die andere Sache hat was mit zum Beispiel dem verwendeten Überrollkäfig zu tun. Da wurden Materialien geändert und von der IMSA vorgeschrieben. Interessant sind die Stückzahlen. 9,56 wurden 27 Autos gebaut. 9,62 wurden 90 Autos gebaut. Das ist also eines der wirklich meistgebauten und heute noch meistgefahrenen Gruppe C Autos. Damit ihr ein paar Lackiervorschläge bekommt, zeige ich euch einfach mal so ein paar Bilder, wie so ein Ding richtig geil in echt aussehen kann. Das ist auch ein Ding. So, Ideen habt ihr jetzt hoffentlich genug gekriegt. Wir gehen noch ein bisschen auf die Motorenseite ein. Das war nämlich ein drastischer Unterschied zwischen den beiden Autos. Der 956 war ein Biturbo und der 962 ein Monoturbo. Dadurch war der etwas undankbar zu fahren. Ein sehr großer Turbo, dadurch ein großes Turboloch, sehr hart eingesetzt. Das war halt noch richtiges Autofahren mit den Dingern. Motorenmäßig hat sich über die gesamte Zeit des 962 auch sehr, sehr viel getan. Also, die haben angefangen mit dem 2,8 Liter Motor, haben aufgehört beim 3,3 Liter Motor. Zwischenzeitlich war eine Wasserkühlung mal drin, weil das Reglement das erlaubte. Also, da ist sehr, sehr viel mitgemacht worden. Und letztlich war der 962 die Basis vom 993 GT1. Der komplette hintere Teil des 993 GT1 ist weiterhin ein 962. Ja, genug Porsche-Kunde. Ich denke, wir bauen das Auto jetzt einfach mal, weil der hier ist zwar schön, aber wir wollen den doch in 1 zu 10 haben. So, Bauabschnitt 1 haben wir übersprungen, weil Bauabschnitt 1 sagt, ich soll den Akku aufladen. Keine Ahnung, was Tamir sich dabei gedacht hat, aber das scheint wohl Tradition zu haben. Bauabschnitt 2 beschäftigt sich mit der Vorderachse. Klassische Kingpin-Vorderachse, alles aus Kunststoff. In der Mitte sitzt hier so eine Glasfaser-FRP-Verbindungsplatte, die ist auch gerade nur locker eingesteckt. Das wird erst gleich halt bekommen, wenn es mit dem Chassis verbunden ist. Einstellen kann man an so einem Ding so nahezu gar nichts. Das ist sehr witzig. Also, Nachlauf, nein. Sturz, nein. Spur, ja. Das geht. Aber ansonsten, so simpel wie nur irgendwie möglich. Wenn man sowas heute mit einer Automatics-Vorderachse von Nummer 12x vergleicht, ist das hier schon was anderes. Aber trotzdem gibt es auch hier den Kingpin und der Lenkhebel kann halt eben einfach über diese Achse nach oben federn und hat da eine Feder, die da entsprechend gegenwirkt. Ja, sehr simpel, aber halt einfach gut. Tamir. Bauabschnitt 3. Wir machen weiter mit der Vorderachse. Jetzt wird die Vorderachse so langsam etwas stabiler. Die wird hier auf eine Glasfaserplatte geschraubt. Profitipp für alle Schrauber, die zum ersten Mal in ihrem Leben ein Werkzeug in der Hand halten. Hier unten sind Senkungen drin. Wenn man die Platte falsch rum hält, dann, naja, egal. Ihr dürft jetzt lachen. Ich habe es am Ende auch zusammen bekommen. Hier so wird das gleich mit dem Winkelstück an die Chassiswanne geschraubt. Vorderachse hat jetzt schon Stabilität, ist aber noch nicht fertig. Ihr seht, da oben fehlen noch Muttern und da unten sind noch Senkungen frei. Also da kommt noch ein bisschen was zusammen. Das war Bauabschnitt 3. In Bauabschnitt 4 geht es an die Verwendung eines Nicht-Low-Profile-Servos in Verbindung mit dem originalen Servo-Saver. Erneut halte ich mich keinen Meter an die Bauanleitung. Also zum einen habe ich jetzt hier ein Low-Profile-Servo genommen, weil habe ich noch gehabt. Das ist meine Lieblingsbegründung. Und zum anderen, den originalen Tamiya-Servo-Saver, dem vertraue ich nicht. Deswegen habe ich hier den Hightalk-Servo-Saver eingebaut. 1,5-0-0-0. Gebe dabei aber ganz klar zu bedenken, das war gerade eben schon ein Einwand von gegenüber am Tisch. Und es ist natürlich so, dass die Konstruktion der Spurstangen, das hier sind hinterher die Spurstangen, auch einfach nicht so richtig stabil ist. Das heißt, wenn wir jetzt den Servo-Saver sehr, sehr hart machen, erhöhen wir wahrscheinlich die Last auf den Spurstangen. Von daher habe ich mich für entschieden, dass ich das so mache. Wie gut das ist, werden wir einfach mal sehen. So, wir gucken uns Bauabschnitt 5 an. In Bauabschnitt 5, alle aus dem Alex-Fahrer mögen jetzt bitte wegsehen. Hängen wir das Servo an die Servo-Halterpfosten, haben die Spurstangen eingehängt. Und das meine ich genauso wortwörtlich, wie ich das gerade gesagt habe. Ich versuche, dass man das halbwegs sehen kann. Diese Spurstangen sind einfach nur eingehangen. Kein Kugelkopf, der sitzt gleich außen an der Lenkung, am Kingpin, am Lenkhebel. Aber innen drin, das ist einfach nur ein Stück Draht, ein dickerer Draht, der in ein Loch gesteckt ist. Das ist an Präzision kaum noch zu unterbieten. Es sei denn, man fährt Neo-Fighter, Entschuldigung, Fighter-Buggy oder TA-02. Das ist einfach Stand der Technik damals. Und das ist total witzig, weil das fährt. Egal wie unpräzise das aussehen mag, das fährt und funktioniert. Im Bauabschnitt 6 kommen wir dem Chassis schon ein bisschen näher. Wir haben jetzt die komplette Vorderachse mit Servo und einer oberen Versteifung an der Chassiswanne selbst festgemacht. Jetzt kann man hier ganz gut sehen, gäbe es drei Befestigungslöcher. Also wir haben die Möglichkeit auf einen langen Radstand, einen mittleren Radstand und den kurzen Radstand. Und hier nutzt der Porsche den mittleren Radstand. Wird hier noch durch so einen Spacer einfach abgestützt. Den kann man im Prinzip auch weglassen. Der hält nur den Abstand an der richtigen Stelle. Ja, alles relativ simpel. Wirklich sehr, sehr simpel. Hier hinter ist noch so viel Platz hinterm Servo, da könnte ich ein zweites einbauen. Aber wir belassen das erstmal bei dem einen und gucken mal, wie das so fährt. Bauabschnitt 9. In Bauabschnitt 9 haben wir das hintere Getriebegehäuse, den Bikehead Powerport, wie auch immer man das letztendlich nennen möchte, gebaut. Das ist ein vierteiliges Teil aus Kunststoff, mit Schrauben zusammengesetzt wird. Wo extra noch draufsteht, baue es auf einer geraden Platte zusammen, damit das Teil in sich sich nicht verzieht. Und was ganz interessant ist, man merkt es beim Rausnehmen der Kunststoffteile bereits. Und dann sieht man es auch beim Zusammenbau. Wahrscheinlich kann man es im Video nicht erkennen. Ich versuche es trotzdem so ein bisschen hin und her zu drehen. Man sieht so Schattierungen im Kunststoff, weil es eben ein Glasfaserverstärktes Material ist. Das heißt, hier hinten, das Teil soll sich ganz bewusst wenig verwinden. Und Tamiya hat deshalb extra einen etwas anderen Kunststoff genommen. Kann man bei Tamiya immer ganz gut erkennen. Zeige ich euch jetzt hier einmal. Sofern man das denn jetzt auch in dem Video wirklich gut sehen kann. Das hier ist der Tamiya Standard Kunststoff. Da steht jetzt auf der Rückseite hier, da, steht PC. Keine Ahnung, wofür PC steht. Vielleicht weiß es einer von euch. Darf er gerne drunter schreiben. Bei dem Motorhalter steht dort PCGF, also Glass Fiber. Das ist also mit Glasfaser verstärkt. Und bei dem Heckflügelhalter mit Karosseriehaltern, was also bewusst in sich flexibel sein soll, kommt dort als Materialkennzeichnung ein, ich hatte es eben gefunden, ein PA zum Einsatz. Da steht es, PA. Also Tamiya verwendet schon sehr, sehr speziell und gezielt genau die Kunststoffe, die für dieses Produkt und diesen Einsatzzweck benutzt werden. Weil Tamiya wird ja gerne nachgehalten. Ah, es sind nur Plastikautos. Nee, 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 nee. Also Plastik ist das alles sowieso nicht. Wir reden ja von Kunststoffen, von technischen Kunststoffen. Da steckt schon viel Technik hinter. Und die Wahl des richtigen Kunststoffs für den richtigen Anwendungszweck ist echt entscheidend. In Bauabschnitt 8 wird das Ding immer fahrfertiger. Jetzt ist das T-Bar hinten eingezogen. Auch das, einfach zwei Schrauben, die hintere mit einem Gummi gelagert, damit das ein bisschen in die Richtung drehen kann. Vorne gar nichts gelagert, sondern das seht ihr flext, dann einfach über die Torsion des Materials. Viel simpler und viel einfacher kann so ein Aufbau wirklich nicht aussehen. Auch die Höhenverstellung an der Hinterachse. Zwischen T-Bar und dem Motorbike-Head liegen zwei Kunststoffscheiben a 2 mm. Wenn wir uns einen aktuellen 1 zu 12er angucken, liegt der gesamte Verstellbereich der Hinterachse bei deutlich weniger als 2 mm. Und hier kann ich in 2 mm Schritten die Höhe verstellen. Also, ja, es ist 80er Jahre Technik und das ist genau richtig so. In Bauabschnitt 9 kommt dann die Hinterachse zum Einbau. Das heißt, wir haben hier eine durchgehende Stahlwelle, die in zwei Kugellagern gelagert wird, wo der Mitnehmer auf der rechten und auf der linken Seite aufgeschraubt wird. Ihr seht, die linke Seite ist jetzt hier noch offen, auf der rechten Seite ist der Mitnehmer schon drauf. Ihr seht dort auch einen Sechskant-Mitnehmer. Der Sechskant-Mitnehmer ist aber nicht für die Felge, sondern es kommt dann ein solcher Adapter hier zum Einsatz, der wiederum die Felge später mit zwei Schrauben festschraubt. Und damit die zwei Schrauben entsprechenden Halt haben, wird hier auf der Rückseite eine Metallmutter eingezogen, die im Bauabschnitt 9 mit einer Schraube von hinten reingedreht wird, um dann eben sich im Kunststoff festzugreifen. Auch ganz interessant, kann man dann schon mal mit durcheinander kommen. Die Anleitung sagt, man soll davon schon mal zwei Stück machen, man hat aber gar nicht genügend Schrauben und versteht dann vielleicht erst, dass die Schrauben an der Stelle keine Schraube sind, die eine Verwendung haben, sondern dass das ein Werkzeug ist, um eben diese Muttern dort einzuziehen. Ja, Differenzial ist hier noch keins drin, das wird anschließend von der Außenseite dann entsprechend draufgesetzt. In Bauabschnitt 10 wird der Motor eingebaut. Haben wir eben darüber gesprochen, ist ein 9,56, das heißt wir haben hier Biturbo-Motor mit einer Aufladung für den unteren Bereich und einer Aufladung für den oberen Bereich. Nein, natürlich nicht. Da ist der Mabuchi Sport-Tuned RS540 drin, aber nicht der schwarze Sport-Tuned, den vielleicht viele aus der Vergangenheit noch kennen, den gibt es nicht mehr. Das ist jetzt der silberne Sport-Tuned, der aber immerhin einen schwarzen Aufkleber hat. Das Zahnflangenspiel ist gleich stufenlos einstellbar, der Motor ist in sich drehbar über Langlöcher. Ja, ansonsten war der Bauabschnitt 10 sehr einfach. In Bauabschnitt 11 haben wir das komplexeste, wir haben das Kugeldiff hinten zusammengebaut. Das heißt, wir hatten ja eben schon die Hinterachse drin, jetzt kommt das Kugeldiff drauf. Das Kugeldiff ist mit einem Hauptzahnrad mit 70 Zähnen in Modul 06 versehen. An der Stelle habe ich dann doch jetzt wieder den Tuning-Warn etwas mit eingebracht. Zum einen habe ich ein Square Stahlmotorritzel eingebaut, weil mir das Aluritzel einfach zu weich ist. Die mag ich nicht so gerne. Und das Stahlmotorritzel von Square wird da keine Probleme machen. Und zum anderen sitzen im Drucklager, sitzen drei, im Drucklager, im Kugeldiff sitzen drei, ja, drei Kunststofflager. Die habe ich gegen Kugellager ausgetauscht. Ob das notwendig ist oder nicht, muss jeder für sich entscheiden. Die Drehzahlen sind an der Stelle nicht so relevant. Die Drehzahlen auf der Hinterachse, die sind relevant. Da sitzen Kugellager direkt ab Werk drin. Im Diff selbst geht es ja immer nur um eine Umdrehung des Drehzahlausgleichs links-rechts. Aber an der Vorderachse kommen gleich auch Gleitlager zum Einsatz. Da werden wir also nochmal auf Kugellager gehen und uns nicht mit dem Baukastenzustand zufrieden geben. Ja, ganz interessant hierbei, dadurch, dass wir jetzt hier außen zwar eine Radmutter sehen, die aber nur über ein Drucklager und die beiden Federscheiben auf das Kugeldifferenzial drückt, kann ich das Rad anschließend wechseln, indem ich ja hier über die Mitnehmer gehe, ohne dass ich die Einstellung des Differenzials verliere. Je nachdem, bei den Tamiya-Formel-Modellen mit dem integrierten Drucklager auf der Achse in der Felge war das ja nicht so. Da habe ich ja mit jedem Radwechsel auch das Diff neu einstellen müssen. Und hier kann ich das eben einfach so weiter übernehmen und fahren. Die Bauabschnitte 12, 13, 14 habe ich ein bisschen miteinander vermischt. Das Auto hat nur einen zentralen Stoßdämpfer. Was genau der macht, sehen wir gleich an einem späteren Punkt. Das ist ein Öldruckstoßdämpfer, klassische Tamiya, bauweise in einem wunderschönen Gelb. Ich habe das jetzt hier aus Gründen meiner Anerkennung des BVBs auch noch mit schwarzen Ohrringen garniert. Im Bauabschnitt 12 würde man nur das Gehäuse zusammenbauen, zusammen mit der Kolbenstange. Im Bauabschnitt 13 wird er mit Öl befüllt und im Bauabschnitt 14 kommt dann unten der Federteller und die Feder drauf. Und er wird in einen Rahmen eingebaut. Wir überspringen jetzt den Abschnitt 14 und gucken uns in Abschnitt 15 einfach ein, wie es mit eingebautem Rahmen im Auto aussieht. So, Bauabschnitt 15. Da ist jetzt der Dämpfer drin und gleichzeitig die, ja, Überrollkäfig, die Rohrahmenkonstruktion, die den Dämpfer hält. Der Dämpfer wird hier vorne nochmal in einer etwas zu kleinen Buchse gelagert, der dann mit zwei Ohrringen oben und unten so ein bisschen den Puffer mit da reinbringt. Und jetzt kann man auch sehen, was die Hinterachse macht. Also zum einen, oder was der Dämpfer macht, der Dämpfer ist der Hubdämpfer für die Höhenbewegung. Der Wank ist für den Dämpfer weitestgehend ohne Auswirkungen, weil sobald er anfängt zu wanken, dreht der Dämpfer sich, aber er federt nicht ein. Das kommt alles hier unten dann entsprechend über den Ohrring. Sobald es aber in eine Kombination aus Hub und Wank geht, kann der Dämpfer eben aufgrund dieser Lagerung auch in jeder x-beliebigen Wankposition eine Hubbewegung ausführen. Ja, im Prinzip absolut simpelste Technik, aber Hub und Wank getrennt. Das, was heute einige gerade im Tourenwagenbereich als nonplusultra neue Erfindung an den Start bringen, haben die Gruppe C Chassis schon seit 100 Jahren, machen aber auch die heutigen Pencars und 1 zu 12er nicht anders. Die Abschnitte 16 und 17 habe ich wieder ein bisschen zusammengefasst. Und zwar geht es hier um den Einbau der RC-Anlage und anschließend auch um das Einlegen des Akkus. Das ist jetzt natürlich einfach mal nur reingeschmissen. Wir haben Hobbywing 1060 Regler drin, wir haben einen SMD-Empfänger, das ist ein Sandwag-kompatibler Empfänger und einen LRP-4-1er, der ohne Modifikation am Akkuhalter stramm von der Verkabelung, aber gut von der Länge hineinpasst. Da kommen wir auch mit unseren Kabeln gut hin, Motorkabel, denke ich, werden wir direkt anlöten. Vielleicht nehmen wir aber auch die Stecker, gucken wir mal. Was jetzt ganz interessant ist, da seht ihr mal, was sich alles so getan hat. Da ist ein kleiner Transponder drin, da ist der kleine Empfänger drin und da ist ein 1060, das ist nicht der kleinste Regler der Welt drin. Und ich könnte von dem Regler noch vier weitere einbauen, so viel Platz ist da drin. Ja, das ist schon ganz gut. Früher war mehr Lametta und früher war auch einfach mehr Platz im Auto. So, Bauabschnitt 18 und damit auch der letzte Bauabschnitt fürs Erste. Das sind die Karosseriehalter jetzt dran. Und die Elektronik machen wir jetzt noch schön, sodass auch alles funktioniert. Gleichzeitig gehen wir an das Thema Reifen und Karosserie dran. Für die Karosserie könnte man sicherlich ein eigenes Bauvideo machen. Lassen wir, also zeigen wir das gleich einfach im Nachgang. Fertig montiert, fahrfertig und so ist mein aktueller Stand ohne jeglichen weiteren Zwischenschritt. Ja, und zack, kaum drei Stunden später oder drei Tage ist das Ding fertig. Den stellen wir auf Seite. So sieht er aus. Ich habe mich in der Dose etwas vergriffen. Ich wollte den, glaube ich, eigentlich weiß lackieren. Nein, das Ding wird bei uns gefahren und was gefahren wird, muss ich irgendwie von den anderen abheben. Deswegen ist er grün geworden. Ganz fertig sind wir noch nicht. Ihr seht hier vorne die Lampeneinsätze, das ist echt viel Arbeit. Vielleicht lassen wir uns da noch was einfallen. Ansonsten, die Räder sind drauf, die Karosserie ist drauf. Die Karosserie ist echt gut gemacht von Tamia. Da haben sie sich extrem viel Mühe gegeben mit den verschiedenen Dekoren, die möglich sind, mit dem Detailgrad an Aufklebern. Ein Profitipp für den Heckflügel. Tamia sagt, ihr sollt Löcher bohren. Weil ich meinte, ich wüsste es besser als Tamia, habe ich anstelle eines Bohrers so einen Body Rheamer genutzt, weil ich das immer mache. Und wie so häufig im Leben, wenn man Dinge immer so macht und es besser weiß? Falsch. Andere hatten scheinbar recht. Also, die Löcher hinten im Flügel, die sind an der tiefgezogenen Stelle im Flügel. Material ist super dünn. Lasst das einfach mit so einem Karosseriebohrer oder mit einem Rheamer sein. Nehmt einen ganz einfachen Bohrer, so wie es in der Anleitung steht. Habt da mehr Spaß von, meines Erachtens nach. Ja, ansonsten, mich erinnert das ein bisschen an meine 1 zu 18er Zeit. Ich bin damals von PTI einen 956 auf dem X-Ray R18 gefahren. Der war auch neongrün, weil das einfach sollte sich unterscheiden und abheben von den anderen. Und hat trotzdem den Standard-Rothman's-Dekor bekommen. Ja, also, das Ding ist echt interessant. Altbackene Technik. Schön gemacht, schön umgesetzt. Ob das jetzt auch fahrfähig ist, wir werden sehen. Ja, also, wir werden sehen.